Die US-Schauspielerin Christy Alley ist tot. Wie ihre Familie mitteilte, starb sie im Alter von 71 Jahren. Alley wurde zweimal mit einem Emmy ausgezeichnet, einen der wichtigsten US-Fernsehpreise, u.a. für ihre Hauptrolle in der Sitcom Cheers. Ihren größten Kinoerfolg hatte sie 1989 in Guck mal, wer da spricht, zusammen mit John Travolta.